Die Ohren sind total putzig. Schöner Kerl. Ein Bub. Wo ist deine Rute? Sehr verträglich, kaum mit dem Kanu-Kurse wurde er abgegeben, sitzt jetzt aber mit anderen zusammen, die besser zu seiner Größe passen. Okay, und runter. Kannst du jetzt ruhig laufen lassen, will gar nicht mehr weg. Es war so schön.